Jo, was geht meine Selivalisten, Pokémon Trainer und Pokémon Sammler? Was geht? Ostern steht vor der Tür und auch in Pokémon GO steht Ostern vor der Tür, denn es wird ein Osterevent geben vom 4. April 10 Uhr bis 8. April 20 Uhr. In diesem Zeitraum gibt es sehr, 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 sehr viel und zwar neue oder viele kostümierte Pokémon, viele Shinies, auch hat Ostern ja was mit den Eiern zu tun, deswegen gibt es auch in diesem Event etwas mit den Eiern und ein neuer Mega Raid Boss. So, was erwartet uns in diesem Event, in diesem Zeitraum, unter anderem neue Pokémon in der Wildnis, denn in der Wildnis werden jetzt vermehrt Pikachus auftauchen, die einen Blumenkranz tragen, dann wird es vermehrt ein Owei geben, ein Meryl, ein Plusle, ein Minun, ein Haspiror, Skopel und Schanera mit Blumenkranz. Die werdet ihr jetzt in der Wildnis vermehrt antreffen können. Und jetzt kommen wir zu den Eiern, denn aus den Eiern schlüpft ja etwas. Und zwar aus den 2 Kilometer Eiern werdet ihr mit ganz viel Glück ein Voneira mit Blumenkranz bekommen, ein Owei, ein Evoli mit Blumenkranz, ein Pichu mit Blumenkranz, ein Mamfaxo, also die Vorentwicklung von Relaxo, Skopel, Geronimatz und zu guter Letzt ein Togepi. So, kommen wir zu den Feldforschungen, also die Durchbrüche, denn ihr habt die Möglichkeit bei den Feldforschungen Azu Meryl, Geronimatz und viele mehr anzutreffen. So, was habt ihr denn noch so? Ein Krypto-Owei erscheint jetzt häufiger in den Team-Go-Rocket-Kämpfen. Also, ne, könnt ihr fighten für ein Owei? Okay, dann kommen wir zu den Mega-Raids, denn Mega-Schlapper werdet ihr dann in den Raids antreffen. So, dann werdet ihr Avatar-Items bekommen, die durch das Mega-Schlapper inspiriert worden sind, die könnt ihr dann im Shop kaufen. Dann bekommt ihr auch noch Event-Exklusive Aufkleber in Geschenken und auch an den Pokestops. Dann habt ihr noch eine Collection-Challenge für ein Glücksei, Mega-Energie und Erfahrungspunkte. So, auch werdet ihr ein neues Shiny finden. Und zwar könnt ihr in diesem Event ein Scobble finden als Shiny. Ihr seht ja hier auf der rechten Seite der Unterschied zwischen den zwei Varianten. Und zwar unterscheidet sich das Shiny Scobble vom regulären Scobble durch eine graue Farbgebung. So, da ja in der Pokémon-Go-Kanto-Tour ein Shiny Relaxo erhältlich war, kann man auch davon ausgehen, dass wir in diesem Event ein Shiny Mamfaxo finden können. Das ist jetzt nur eine Mutmaßung, also eine Vermutung. Das ist nicht bestätigt. Ich würde auch jetzt nicht extra Brutmaschinen kaufen, in der Hoffnung ein Shiny Mamfaxo zu bekommen. Sollte es ein Shiny Mamfaxo geben, na dann wird es ein sehr, sehr, sehr seltenes Pokémon. So, dann kommen wir mal zu den weiteren Bonis in diesem Event. Und zwar bekommt ihr doppelte Bonbons für das Ausbrüten von Pokémon. Ne, also lohnt sich schon mal. Glückseier dauern jetzt 60 Minuten an. Also nur in dem Event-Zeitraum. Und jetzt was richtig Geiles. Die Brutdistanz für die Eier, die ihr dann während dem Event in die Brutmaschine legt, verringert sich um die Hälfte. Das heißt, ihr müsst für zwei Kilometer Eier nur noch ein Kilometer laufen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ein Kilometer ist schnell gelaufen. Ne, also auf jeden Fall. Nutzt das Event aus. Ich bin an der Stelle raus, weil das war jetzt schon weit alles, was ihr in dem Oster-Event mitnehmen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, gerne auch ein Abo. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann werdet doch gerne Kanalmitglied. Könnt ihr schon ab 99 Cent im Monat. Und ihr findet hier irgendwo mein Trainer-Code eingeblendet. Könnt mir ja gerne eine Freundschaftsanfrage schicken. Dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.